Hey Leute, hier ist Ledator und herzlich willkommen zu Amateurspieler besiegen 7. Heute habe ich eine ganz besondere Partie für euch, denn in dieser Partie habe ich gegen einen Spieler mit über 2000 DWZ gespielt. Und wie ich schon ein paar mal erklärt habe, Amateurspieler definiere ich bis zu einer DWZ von 2000. Alles darüber sehe ich nicht mehr als Amateurspieler, sondern als professionellen Spieler oder als Profi. Und weil das schon ein paar mal gefragt wurde, ich möchte diese Definition von Amateurspieler und professionellem Spieler anhand der Spielstärke festmachen, nicht anhand des Verdienstes. Ich finde es auch irgendwie nicht zielführend, wenn man das am Verdienst festmacht. Es gibt Leute, die haben, sage ich mal, nur 1200 DWZ, verdienen aber mit Schachgeld. Ich würde dabei jetzt aber nicht von jemandem sprechen, der ein Profi ist oder professionell tätig ist. Das ist für mich, also ich finde es sinnlos, das an den Verdienst zu koppeln und ich finde es sinnvoller, es an die Spielstärke zu koppeln. Deswegen meine Definition von Amateurspieler, das sind Schachspieler bis zu einer DWZ von 2000, wobei ich noch ein bisschen anmerken muss, dass von etwa 1700 DWZ bis 2000 DWZ, das so ein gewisser Übergangsbereich ist. Also das ist so der Übergangsbereich von Amateurspieler hin zu professionellem Spieler, wobei, wenn ich es jetzt so ganz grob einteilen müsste, dann würde ich sagen, bis 2000 DWZ sind Amateurspieler und über 2000 DWZ sind professionelle Spieler. Und wie gesagt, 1700 bis 2000 DWZ, das ist so ein gewisser Übergangsbereich oder das so, sage ich mal, der obere Bereich der Amateurspieler. Oder wenn dann ein Amateurspieler fließend in einen professionellen Spieler übergeht. Genau, so dass das mal von Anfang an geklärt ist, was ein Amateurspieler ist. Wie gesagt, ein Spieler mit einer DWZ von bis zu 2000, maximal 2000, über 2000 spreche ich dann vom professionellen Spieler. Und in dieser Videoserie geht es darum, solche Amateurspieler, eben Spieler mit bis zu 2000 DWZ oder eben unter 2000 DWZ, zu besiegen. Und das systematisch. Und das System, das ich jetzt in den letzten Partien gezeigt habe, das wende ich auch in dieser Partie wieder an. Dieses Mal aber gegen einen Spieler mit über 2000 DWZ. Damit möchte ich euch zeigen, dass das System, das ich euch jetzt schon zum siebten Mal sozusagen in dieser Videoserie zeige, selbst bei so einem Spieler noch klappt. Also es ist nicht nur für typische Amateurspieler sehr gut anwendbar, sondern sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Und mein Gegner, der hatte so 2050 DWZ. Und mit dieser Partie möchte ich einfach zeigen, dass das System sogar selbst in diesem Bereich noch anwendbar ist. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass mein Gegner mir ein bisschen in die Karten gespielt hat. Denn man könnte nach der Partie so ein bisschen sagen, nicht ich habe die Partie gewonnen, sondern mein Gegner hat die Partie verloren. Aber das sehen wir jetzt gleich konkret. So, wir machen wieder unser altbekanntes System. Das heißt, wir warten ab, wir spielen geschlossene Stellungen, wir bewahren Ruhe, wir machen einen strategischen Plan und wir warten auf den Fehler des Gegners. Also wir machen eigentlich nicht viel, wir spielen solide und warten auf den Fehler des Gegners. Und dieses System, das funktioniert so gut bei den Amateurspielern, weil viele Amateurspieler, die wollen eben angreifen, irgendwann, die werden irgendwann ungeduldig und emotional und zack, dann machen sie einen Fehler. Und das muss man dann sozusagen eiskalt ausnutzen. Und jetzt möchte ich das einmal zeigen, wie das konkret geht. Jetzt sozusagen zum siebten Mal. Genau. Und dann würde ich sagen, können wir starten. Ich war schwarz, mein Gegner war weiß. Und wir haben ein Brett 1 gespielt und das ist natürlich schon so eine gewisse Aura, wenn man im Mannschaftskampf an Brett 1 sitzt und da setzt sich ein Gegner mit über 2000 DWZ auf der anderen Seite nieder. Gut, aber davon sollte man sich nicht irgendwie groß verunsichern lassen, sondern ganz solide und in Ruhe das System, das wir besprochen haben, durchspielen. Und das funktioniert selbst auch hier noch. Genau, also er hat als ersten Zug, das ist ein sehr seltsamer Zug, und zwar C3 gespielt. C3 als ersten Zug. Als das dann auf dem Brett war, da habe selbst ich nachgedacht, weil da dachte ich, also diesen Zug, den hatte ich wirklich noch nie als ersten Zug von meinem Gegner auf dem Brett, noch nie. In keiner Turnierpartie und soweit ich weiß auch nicht mal in einer Blitzpartie. Also, oder ich kann mich mal nicht zumindest daran erinnern, dass ich den jemals als ersten Zug auf dem Brett hatte. Also, das ist vollkommen außergewöhnlich. Und deswegen habe ich auch in dieser Stellung erstmal 5, 10 Minuten lang nachgedacht. Ja, weil wenn man in eine wirklich vollkommen neue Situation kommt, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen und überlegen, wie man hier am besten reagieren sollte. Ja, und genau so habe ich es gemacht. Ich habe hier wirklich nachgedacht. Und es kann hier vieles geschehen. Es kann sein, dass es, ich bin davon ausgegangen, dass er danach D4 spielt und es dann vielleicht in das Londoner System vielleicht übergeht, womöglich, oder in andere Dambauer Spiele. Also, von D4 bin ich ziemlich stark ausgegangen und dass C3 sozusagen so ein bisschen in eine strategische Richtung geht. Das war jetzt so meine erste Vermutung. C3 ist ein nicht allzu ambitionierter erster Zug, das ist recht klar und deswegen wird er auch nur sehr selten gespielt. Und gut, ich habe mir jetzt überlegt, wie sollte ich darauf reagieren? Es kommen eigentlich nur zwei Hauptzüge in Frage, die, sage ich mal, recht ambitioniert sind, nämlich entweder E5 oder D5. Die zwei habe ich am längsten überlegt oder am meisten überlegt. E5 habe ich als erstes überlegt, weil ich dachte, das wäre eigentlich logisch, wenn dieser Zug so relativ stark wäre, weil der würde sofort dieses Feld D4 auch so ein bisschen in Frage stellen. Was mir da aber nicht so gefallen hat, ist nach E5. Nach E5 kann man sofort D4 selber spielen. Und das Beste ist hier, denke ich, noch zu schlagen, weil wenn ich hier nach vorne gehe, dann droht C4 und dieser Bauer wird vielleicht ein bisschen schwach und dann ist er im Zentrum eher vorhorschend. Deswegen dachte ich, hier würde ich wahrscheinlich nehmen in dieser Stellung und wenn es dann so aussieht und ich dann D5 spiele, naja, dann habe ich den E-Bauern gegen den C-Bauern getauscht. Also einen eigentlich wertvolleren Bauern, weil der E-Bauer ist ein Zentrumsbauer und der C-Bauer ist nicht direkt ein Zentrumsbauer, ist der Bauer daneben. Und das wäre rein von dem her nicht so guter Tausch. Klar, mein Läufer ist dann schon frei und so, also ich habe schon auch Möglichkeiten, aber das hat mir nicht so gefallen und ich habe nicht gesehen, wie ich hier ambitioniert irgendwie einen Vorteil erhaschen könnte. Von daher habe ich nicht E5 gespielt, hätte man sicherlich machen können, sondern bin in die ruhigere Variante mit D5 gegangen. Weil ich bei E5 einfach keinen wirklichen Vorteil gesehen habe oder nicht gesehen habe, wie ich diesen ersten ein bisschen seltsamen Zug ausnutzen könnte, nicht direkt zumindest. Vor allem, wenn er nicht sofort dann D4 spielt. Gut, deswegen habe ich D5 gespielt und dachte mir, gut, D5, dann sollte ich zumindest gleich gut stehen oder sollte die Stellung weiterhin sehr ausgeglichen sein. Und er kann mir jetzt hier zeigen, was er hier vorbereitet hat oder was er hier machen möchte. Jetzt kommt der zweite Paukenschlag und zwar Dame nach A4. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Also jetzt wird es dann ein bisschen verrückt. Also Dame A4, wir sind hier in einer klassischen Turnierpartie an Brett 1 und er spielt hier Dame A4 im zweiten Zug. Ich sage mal so, Anfängern bringt man ja immer bei, die Dame nicht zu früh zu entwickeln. Und natürlich, es gibt gewisse Eröffnungssysteme, in denen tatsächlich so frühe Dammzüge vorkommen und auch in Ordnung sind oder gut spülbar sind. Hier sieht es aber eher ein bisschen seltsam aus. Also es ist nicht so ganz klar, was weiß hier machen möchte oder wo er hin möchte. Okay, wie habe ich hier reagiert? Die erste, sage ich mal intuitive, der intuitivste Zug ist hier wahrscheinlich Läufer nach D7, einfach den Läufer dazwischen ziehen. Den habe ich aber relativ schnell wieder verworfen, weil was mir daran nicht so gefallen hat, ist, dass mein Bauer zumindest temporär ungedeckt bleibt. Und mit dem Zug Dame nach A4 zeigt mir mein Gegner, er möchte taktisch spielen. Dieser Gegner möchte taktisch spielen, sonst würde er nicht einfach so Dame A4 erst den Bauern hier ziehen, nur um die Dame schnell rauszuziehen. Also das ist ein Spieler, der damit signalisiert, hey, ich möchte taktisch spielen. Absolut taktisch, nicht strategisch, sondern taktisch. Er möchte angreifen. Und ich möchte ihm dann keine Angriffsziele geben, weil das bringt diese Spieler am meisten aus der Fassung, wenn man ihnen sämtliche Angriffsmöglichkeiten wegnimmt. Dann drehen sie formlich durch und deswegen ist es wichtig, ihnen keine Angriffsmöglichkeiten zu geben. Und wenn ich jetzt Läufer nach D7 spiele, dann wäre dieser Bauer temporär ungedeckt und wieder eine potenzielle Angriffsmöglichkeit. Das heißt, er könnte vielleicht die Dame nochmal ziehen, den Bauer nochmal angreifen. Dann ist jetzt alles ein bisschen weit hergeholt, aber das waren meine Gedankengänge, warum ich nicht Läufer nach D7 gespielt habe, sondern das solidere, oder aus meiner Sicht solidere C6. Vielleicht nicht ganz so ambitioniert. Ich denke, Läufer nach D7 wäre mindestens genauso gut gewesen, wenn nicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen ambitionierter. Aber das war es mir wert, weil ich möchte die Stellung in eine strategische Richtung bringen und nicht in eine taktische. Und mit dem Zug C6 bringe ich die Stellung in eine strategische Richtung. Gerade diese Züge C6, C3, F3, das hatten wir jetzt schon häufiger in den Amateurspieler-Besiegen-Videoserien oder in den Videos von der Videoserie. Und diese Züge bringen tendenziell die Stellung in eine strategische Richtung und genau das wollen wir erreichen. Deswegen habe ich hier C6 gespielt und dachte mir, gut, ich muss meinem Gegner hier einfach mal die Möglichkeit lassen, Fehler zu machen. Oder er möchte ja unbedingt angreifen. So, und jetzt habe ich seinen Angriff so ein bisschen unterbunden. Und jetzt mal schauen, wie er darauf reagiert. Und jetzt wird es wirklich total verrückt, denn er hat tatsächlich im dritten Zug, ich konnte es auch kaum glauben, aber er hat wirklich G4 gezogen. G4, ne? Also da sitzt ein 2000-DWZ-Spieler gegenüber und zieht in dieser Stellung G4. Und mir ist diese Stellung relativ gut bekannt, beziehungsweise nicht genau diese Stellung, sondern die gleiche Stellung mit Dame, aber nicht auf A4, sondern auf B3. Und der Bauer nicht auf C3, sondern auf C4. Nämlich, das ist das Grobgambit. Das Grobgambit spiele ich selber gerne in Blitzpartien, natürlich nicht in klassischen Turnierpartien, aber in Blitzpartien ist es ganz nett, das mal auszuprobieren, ist eine nette Eröffnung, aber ist natürlich nicht ganz korrekt. Aber da sind einige Tricks drin. Im Grobgambit sind viele Tricks drin. Ich selber bin, also in Turnierpartien würde ich so gut wie nie ein Gambit spielen, außer vielleicht das Damengambit, aber das ist ja jetzt, sag ich mal, kein echtes Gambit. Aber das Grobgambit ist ein echtes Gambit und da muss aber die Dame auf B3 stehen. Und ich kenne mich im Grobgambit ziemlich gut aus. Und da ist sozusagen mein Gegner voll in meine Vorbereitung gelaufen, weil, also nicht, dass ich mich jetzt in der Partie darauf vorbereitet hätte, aber ich habe mich schon davor mit dem Grobgambit recht intensiv beschäftigt. Deswegen war mir sofort klar, die Dame steht falsch. Die sollte, wenn er schon sowas spielt, auf B3 stehen und der Bauer sollte auf C4 stehen. Dann sind wir im klassischen Grobgambit. Und das ist noch begrenzt spielbar, aber nicht gegen einen Gegner, der sich da drin auskennt, wie ich. Dagegen sollte man vielleicht nicht unbedingt das Grobgambit spielen. Da ist es vielleicht sinnvoller, was solideres zu spielen und nicht solche Gambit-Varianten. Vor allem sowas wie das Grobgambit. Es gibt andere Gambit-Varianten, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, aber die muss ich auch gar nicht kennen, weil ich spiele ja gar nicht so offene Stellungen. Ich möchte ja sowieso die Stellung immer gleich schließen und dann kommt es gar nicht erst in so eine Situation. Gut, aber hier hat es jetzt mein Gegner erzwungen, dass es zu so einer Situation kommt, aber hat mir ja hier in die Karten gespielt, weil ich habe mich in dieser Stellung pudelwohl gefühlt. Mein Gegner hatte sich erhofft, dass er mich mit G4 überrascht und verunsichert. Hat überhaupt nicht geklappt, weil ich war in dieser Situation vollkommen tiefenentspannt und mir war auch bewusst, dass ich hier besser stehe. Auf jeden Fall besser. Wahrscheinlich sogar auf Gewinn. Also das ist so, wie kann man als ersten Zug C3 spielen, dann als zweiten Dame A4 und als dritten Zug dann auch noch G4. Also irgendwann ist dann auch mal gut. Also man kann ein, zwei Züge ungenau spielen, aber irgendwann kommt dann die Quittung. Wenn man dann meint, man könnte alles spielen. Und ich glaube, dass mein Gegner mich einfach ein bisschen unterschätzt hat. Das war so, ja, sag ich mal, 40, 50 Jahre alt, sag ich mal, also ein älterer Herr. Und ich sitze ihm gegenüber. Ich war auch von meiner Mannschaft der jüngste Spieler und spiele am Brett 1 und der dachte sich wahrscheinlich, ah, den Jüngling, komm, den hauen wir weg vom Brett. Das ist, ja, schauen wir mal. Also niemals den Gegner unterschätzen. Und ich dachte mir jetzt auch an dieser Stellung, wie kann ich das am besten ausnutzen? So solltet ihr auch überlegen, weil diese Züge, die haben Schwächen erzeugt. Welche Schwächen haben sie erzeugt? Genau, das Zentrum. Das Zentrum hat er überhaupt nicht wirklich besetzt. Das ist komplett frei. Also nehmen wir das Zentrum ein. Und hier habe ich den Zug gezogen, den ich schon davor mir ja überlegt habe, aber dann wieder verworfen hatte. Und zwar E5. E5. Jetzt hat Schwarz schön das Zentrum. Schwarz hat bisher alles richtig gemacht. Macht die Linien für die Läufer auf oder hat sie schon geöffnet. Und wird dann auch die Leichtfiguren jetzt entwickeln, während Weiß nur Bauernzüge und Damenzüge gemacht hat. Das ist tendenziell kein gutes Zeichen. In der Eröffnung sollte man das Zentrum kontrollieren und man sollte die Figuren entwickeln. Und Weiß hat hier gegen beide Grundsätze verstoßen, weil das Zentrum kontrolliert Weiß so gut wie gar nicht. Also auch so gut der Bauer ein bisschen und die Dame. Ja, man soll es nicht unbedingt mit der Dame kontrollieren. Und entwickelt, naja, C3, das verhindert sogar noch ein mögliches Entwicklungsfeld, und zwar von dem Springer. Und man kann im weitesten sagen, naja, G4 hat geholfen dem Läufer, dass der sich auf G2 mal entwickeln kann, aber das braucht ja noch ein bisschen Zeit. Also Weiß hat ziemlich stark gegen die Eröffnungsgrundsätze verstoßen und das ist meistens kein gutes Zeichen für den jeweiligen Spieler. Das muss eine gute Rechtfertigung haben, wenn man sowas macht. Aber hier sehe ich keine wirklich gute Rechtfertigung. Gut, er hat jetzt Läufer nach G2 gespielt. Das ist auch, sag ich mal, der typische Zug im Grobgambit, dass man Läufer G2 spielt. Aber wie gesagt, dann sollte die Dame auf B3 stehen, bei dem Ganzen, und nicht auf A4. Jetzt dachte ich mir, jetzt möchte ich einen Zug spielen, der ein bisschen giftig ist. Ich möchte einen Zug spielen, der ruhig ist und solide, der aber gleichzeitig, ich will jetzt nicht sagen, eine Falle aufstellt, aber meinen Gegner zu einem Fehler verleiten könnte. Ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn ich Läufer nach D6 spielen sollte, dann kann er, na, mit seinem Läufer hier rausnehmen, ganz geschickt und gewieft und taktisch, weil ich kann nicht zurücknehmen, weil mein Bauer hier gefesselt ist. Das war natürlich seine große Hoffnung, dass er hier so eine Taktik anwenden kann. Habe ich ihm diesen Wunsch erfüllt? Nein, habe ich nicht. Ich habe stattdessen einen anderen Zug gemacht. Ich habe nämlich meinen Springer entwickelt, und zwar habe ich Springer nach D7 gespielt. Und das ist ein Zug, der ein bisschen giftig ist, sage ich mal so. Also, es ist ein solider Zug, aber mein Ziel war in dieser Stellung, einen Zug zu spielen, der solide ist, aber der gleichzeitig auch meinem Gegner die Möglichkeit offen lässt, einen Fehler zu machen. Und das ist hier der Fall, weil was jetzt hier so ein bisschen droht, ist, dass die Dame hier abgeschnitten wird und dass dann dieser Bauer fällt. Beispielsweise nach Springer nach C5. Also, wenn ich jetzt nochmal dran wäre, könnte ich Springer nach C5 spielen und Weiß hat hier ein kleines Problemchen mit dem Bauern. Würde den Bauern verlieren und das ohne irgendwelche Kompensationen. Was für eine Kompensation soll da sein? Schwarz hat das Zentrum und Weiß hat zwei Figuren entwickelt, wobei die eine Figur nicht die Dame ist. Und bei dem Läufer, der beißt auf diese Bauernkette. Von daher ist auch nicht so ganz, der steht auch nicht so gut. Also, das wäre ein glasklarer Bauerngewinn. Also, von daher hat er hier auch drauf reagiert und hat den Bauern notgedrungen nochmal verteidigt und zwar mit H3. Und die Züge, also jetzt schaut euch mal die Züge von Weiß an. C3, Dame A4, G4, Läufer G2 und H3. Das sollte einem erfahrenen Schachspieler klar machen, dass hier irgendwas schief läuft. Weil, also, das ist so ein komischer Aufbau. Ich möchte schon sagen, ein fehlerhafter Aufbau. Das sieht nicht mehr gesund aus. Der Springer kann auch hier nicht mehr richtig rausziehen. Hier ist alles so ein bisschen aufgerissen. Ist auch nicht so ganz klar, wo der weiße König eigentlich dann mal hin will. Der Springer kann auch nicht rausziehen. Also, ja. Ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, einem 2000-DWZ-Spieler gegenüber zu sitzen, nach diesen paar Zügen. Also, das war schon sehr seltsam. Also, da war ich ein bisschen verwundert. Aber gut. Ja, immer weitermachen und weiterspielen. Nicht denken, ich habe den Gegner jetzt in der Tasche, sondern weiter konzentriert bleiben und das Ganze zu Ende führen. Solide zu Ende führen. Jetzt möchte ich natürlich meine anderen Leichtfiguren noch entwickeln. Den Springer möchte ich nicht sofort rausziehen. Ich möchte erst mal noch die Spannung ein bisschen aufrechterhalten und mir offen lassen, wo der denn noch hinzieht. Aber wahrscheinlich später mal nach C5 oder vielleicht aber auch nach B6. Ich wollte es mir erst mal noch offen halten. Dann ist mir aber aufgefallen, oh, das Feld C5 könnte ich auch mit dem Läufer einnehmen. Und hier ist so eine Schwachstelle. Das ist eine Schwachstelle der weißen Stellung. Dank dessen, dass er hier so seltsame Bauernzüge gemacht hat und hier aufgerissen hat, jetzt ist das hier ziemlich schwach. Und vor allem auch dank dessen, dass er noch nicht beispielsweise so etwas wie E3 gezogen hat oder D4 natürlich, dann wäre diese Linie versperrt. Aber wenn ich jetzt Läufer nach C4, C5 ziehe, kann er nicht unmittelbar D4 ziehen, weil das Problem ist, dass ich beispielsweise erst B5 ziehen kann, die Dame kurz ablenke und danach hier einfach einen Bauern gewinne. Wenn ich dann hier schlage, er schlägt, ich schlage mit dem Läufer. Und dann habe ich einen Bauern gewonnen und stehe gut. Das war eine mögliche Idee. Und deswegen dachte ich, Läufer nach C5 ist ein Entwicklungszug und greift gleichzeitig so ein bisschen eine Schwäche an oder schaut zumindest auf die Schwäche. Deswegen ziehen wir das doch auch. Läufer nach C5. Jetzt kommt von ihm D3. D3. Natürlich, klar, es ist auch noch eine weitere Idee von mir, dass ich vielleicht E4 gespielt hätte, wenn er nicht D3 zieht. Aber damit hätte er dann eben leben müssen. Der Nachteil von D3 ist, dass das nicht auf meine Drohung reagiert. Auf die Drohung, dass ich hier auf die Schwäche schaue und das wird ihm noch zum Verhängnis werden. Genau das, dass er das ignoriert, wird ihm zum Verhängnis werden. Aber ich habe gesehen, naja, wenn ich jetzt, sofort beispielsweise D3 nach B6 spiele, dann hat er noch genügend Zeit, sich hier zu verteidigen. Oder ich hatte es in meiner Intuition, dass es wahrscheinlich noch nicht reicht, dass es wahrscheinlich noch nicht reicht, um hier endgültig sozusagen durchzupressen oder etwas zu erreichen. Deswegen habe ich nicht sofort D3 nach B6 gespielt, sondern ich dachte, wieder dem Gegner eine Möglichkeit lassen, einen Fehler zu machen und seine Stellung, wieder das nicht zu beachten, wieder zu ignorieren, in meine Drohung und dann erst richtig ins Messer zu laufen. Und deswegen habe ich hier ganz ruhig und ja, ein bisschen, es war ein bisschen, wie soll ich sagen, hinterhaltig, könnte man fast sagen, habe ich hier Springer nach E7 gezogen. Das ist ein so schöner Zug, weil, also in dieser Stellung, weil der Zug, der sieht so ein bisschen auf den ersten Blick so unschuldig aus, so harmlos oder so. Ah, ich will ja doch nichts tun, ich ziehe meinen Springer nicht nach F6, um gleich zack hier anzugreifen und hier und, das ist ja jetzt kein echter Angriff, aber ich ziehe ihn nur nach E7 und lass dich mal spielen. Das sieht so harmlos aus, aber es ist alles andere als harmlos. Die Stellung ist brandgefährlich für Weiß. Besonders eben diese Schwäche hier und mir war bewusst und ich habe diese Züge hier, die habe ich alle ziemlich, also bis auf die ersten 1, 2 Züge, die habe ich nicht ganz so schnell gespielt, aber alles danach habe ich ziemlich zügig gespielt, weil diese Züge, die sind relativ selbsterklärend. Also das, die waren relativ klar, einfach Leichtfiguren entwickeln, ich habe nichts groß gemacht und das seht ihr ja in allen Partien, die ich euch in der Amateurspielen-Besiegen-Videoserie gezeigt habe, ich mache nichts groß. Ich entwickle mich, ich spiele geschlossene Stellungen, ich mache ruhige Züge wie sowas C6 und gehe in strategische Stellungen über und das war es eigentlich schon. Das ist eigentlich nichts Großbesonderes. Also natürlich ist es sehr effektiv, aber ich mache ja nichts Großes, ich mache keine irgendwelche Opfer oder sonst was, das braucht es nicht. Es braucht keine Opfer normalerweise. Wobei es jetzt hier gerade in dieser Partie auch noch später zu einem Opfer kommt, aber das Ganze ist von langer Hand geplant und es ist nur eine logische Konsequenz dessen, dass er meine Drohungen ignoriert und denkt, nur er kann spielen, nur er kann angreifen und er muss sich gar nicht verteidigen. Und jetzt kommt meiner Ansicht nach der entscheidende Fehler, wonach die Partie dann definitiv sozusagen den Bach runtergegangen ist für ihn. Anstatt hier jetzt zu reagieren und gegen diese ernste Drohung endlich was zu machen, wie beispielsweise ich habe mit, was ich gezogen hätte, wahrscheinlich mit weißes, Springer nach F3. Eigentlich ein ganz selbstverständlicher Zug. Springer nach F3, entwickelt eine Figur und falls Dame nach B6 kommt, dann kann man immer noch roschieren und es sollte alles noch einigermaßen zusammenhalten. So hätte ich gespielt. Solide und kein Risiko eingehen. Aber mein Gegner dachte, er ist es und er könnte mich überspielen, obwohl er seine Stellung so schlecht ist. Aber er zieht immer noch nicht die Notbremse. Er denkt, er kann sich es hier erlauben, Springer nach D7 zu spielen. Part D2. Eine weitere Ungenauigkeit. Aber jetzt ist das Fass am Überlaufen. Genau. Den nächsten Zug, ich habe es jetzt schon ein bisschen vorausgenommen, pausiert uns das Video und überlegt euch, welchen Zug ihr an dieser Stellung spielen würdet. Und ich zeige es uns kurz, welchen Zug ich gespielt habe. Genau. Also ich habe natürlich Dame nach B6 gezogen. Und das habe ich innerhalb von zwei Sekunden gezogen. Und nein, damit will ich nicht sagen, man sollte möglichst schnell ziehen. Vor allem nicht in Turnierpartien. Klassischen Turnierpartien. Aber ich habe diesen Zug schon lange davor berechnet. Also ich habe mir schon lange davor berechnet. Und mir war klar, kurz davor, er darf auf keinen Fall, ich habe berechnet, was ist denn, wenn er nicht Springer nach F3 zieht. Und dann war mir klar, er muss was gegen diese Drohung tun. Was hätte er noch tun können? Vielleicht hier an dieser Stellung E3 ziehen. Das könnte man auch überlegen. Aber wenn er einen Zug macht, der nichts gegen diese Drohung tut, dann kann ich eigentlich sofort Dame nach B6 spielen. Ich habe sogar konkret noch Springer nach D2 kurz berechnet, aber sofort wieder verwarfen, weil ich dachte, das darf er auf keinen Fall spielen. Dann ist es total verloren für ihn. Das sieht so schlecht für ihn aus. Aber was macht er? Er zieht tatsächlich genau diesen Zug. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Und habe natürlich sofort Dame nach B6 gespielt, weil das war vollkommen offensichtlich. Jetzt hat er hier ein sehr, sehr ernstes Problem. Und mir war bewusst, ich stehe absolut auf Gewinn. Das ist total verloren für Weiß. Der König steht immer noch im Zentrum. Und wie will er diesen Bauern decken? Oder retten? Wie will er es machen? Der Springer, dank seinem tollen Zug H3 und seinem G4, kommt er nicht nach H3, von wo aus er vielleicht diesen Bauern noch notfalls hätte decken können. Und dank dessen, dass er seinen Springer immer noch nicht entwickelt hat, hat er auch nicht die Möglichkeit, die Rochade zu spielen, um den Bauern zu decken und gleichzeitig seinen König mal in Sicherheit zu bringen. Ja, also was bleibt ihm noch übrig, um diesen Bauern zu decken? Wenn man ein bisschen reinschaut, dann merkt man, er kann den nicht decken, außer mit dem Zug E3. Das ist die letzte Möglichkeit und die einzige Möglichkeit, diesen Bauern zu retten. So, aber E3, da habe ich meine Intuition, habe ich intuitiv sofort gesehen, dass Läufer schlägt E3 ein Problem darstellen könnte. Läufer schlägt E3 und dann F schlägt E3 und Dame schlägt E3 mit Schach. Und, naja, Weiß hat ein kleines Problem. Ich habe schon in dieser Stellung, beziehungsweise schon einen Zug davor, habe ich das schon berechnet, dieses Opfer. Aber hier habe ich es wirklich konkret berechnet. Er hat den Zug noch nicht gespielt gehabt oder noch keinen Zug gespielt gehabt. Hier habe ich aber schon berechnet, aha, was passiert nach E3. So, und in dieser Stellung, wenn er jetzt E3 zieht und wir schlagen hier einmal, er schlägt zurück und dann dieses Schach von der Dame, dann habe ich den Zug König nach D1 gleich verworfen, weil da wird der Läufer schwach. Es droht vielleicht auch Dame nach F2 und hier drüben ist eigentlich alles schwach. Und ich muss nun meine Figuren aktivieren und der König steht sehr seltsam im Zentrum. Der Läufer kann aktuell auch nicht rausziehen, weil der Springer das noch blockiert. Also, das sieht alles ziemlich komisch aus und deswegen habe ich sofort verworfen, dass er König nach D1 spielt. Ich habe mit König nach F1 gerechnet. König nach F1 und da dachte ich, kann Weiß versuchen, sich so über Wasser zu halten. Eine gute Stellung ist es aber nicht. Also, ich bin von König F1 ausgegangen. So kam es aber nicht. Machen wir nochmal zurück. Er hat in dieser Stellung nach ungefähr einer Dreiviertelstunde überlegen oder ich glaube 40 Minuten oder so was hat er sich Zeit gelassen für den Zug. Davor hat er ganz schnell gespielt und ganz so nach dem Motto, den Jungspund, den überspiele ich mal kurz. Und dann, wo er gemerkt hat, oh, jetzt wird es aber brenzlig, dann hat er sich plötzlich ganz viel Zeit gelassen. Und das ist auch so ein typischer Fehler, den wir bei Amateurspielern sehen, dass sie sich, wenn es eigentlich nötig wäre, gar keine Zeit lassen und denken, oh, ich kann hier schnell spielen und dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann lassen sie sich ganz, und dann denken sie, sie könnten das noch retten irgendwie und das funktioniert aber nicht. Vor allem nicht gegen einen sehr starken Gegner. Aber das muss man dann eben wohl bitter erfahren, um das zu lernen, dass das nicht klappt. Und ich dachte, gut, lieber Gegner, ich erteile dir diese Lektion gerne. Also, ich lasse mich da nicht lumpen. Und deswegen habe ich ihn da einfach sitzen gelassen und bin im Raum rumgelaufen, habe bei meinen Mannschaftskollegen geschaut, wie es da steht. Das kann ich euch auch als Tipp geben, eine Gelassenheit zu haben, eine gewisse Gelassenheit. Und ich bin jetzt da nicht ihm gegenüber gesessen und dachte mir so, oh, guck mal, jetzt verliert er oder so. Überhaupt nicht. Ich bin einfach aufgestanden und bin im Raum rumgelaufen. Das hat mir ganz gut getan. Das hat mir sehr gut getan. Das kann ich euch auch empfehlen. Ich stehe relativ häufig auf. Ich stehe, ich will es nicht sagen, nach jedem Zug, aber nach jedem dritten, dritten, vierten Zug oder sowas. Jetzt nicht bei den ersten, nicht bei den ersten, nicht bei den ersten 15 Züge da nicht. Aber wenn es ein Mittelspiel ist oder so, da kann es gut mal sein, dass ich alle drei, vier Züge mal aufstehe und ein bisschen rumlaufe. Weil das ist fürs Gehirn sehr gut, einfach ein bisschen rumzulaufen und für den Sauerstoff fürs Gehirn und auch gleichzeitig so ein bisschen, wie soll ich sagen, wieder ein bisschen wegzukommen oder auch mal das Brett von der anderen Seite zu sehen. Das ist alles, das hilft. Also ich habe gemerkt, dass das sehr viel wertvoller ist, als sich, sag ich mal, zwei Stunden lang konzentriert übers Brett zu hängen und gar keinen anderen Gedanken zu haben. Das ist nicht gut. Das Gehirn braucht ein bisschen Erholung auch zwischendurch. Deswegen bin ich da aufgestanden und war total tiefenentspannt, weil ich dachte, mein Gegner ist in einer sehr schweren Situation und ich kann jetzt eigentlich entspannen. Ich kann jetzt abwarten und lasse es auf mich zukommen, was er jetzt macht in dieser schweren Situation. Mir war aber klar, dass er eigentlich E3 spielen muss. Alles andere habe ich komplett verworfen. Mir war klar, dass E3 kommen muss und ich hatte ja dann auch alles schon davor schon berechnet, was ich mache, falls E3 kommt, nämlich das Läuferopfer. Und es kam E3. Wer hätte es gedacht? Nach so ungefähr 40 Minuten und ich habe sofort reingeopfert, was ich Ungarn tue, weil ich sage mal, ich bin jetzt nicht so der Opferspieler. Von daher, aber hier ist es ja jetzt wirklich berechnet und genau. Deswegen, er hat die jetzt zurückgenommen, ich habe mit der Dame genommen und bin von König nach F1 ausgegangen. König nach F1, das war so der Zug, von dem ich ausgegangen bin und der wahrscheinlich auch der stärkste Zug wäre, in dieser Stellung gehe ich mal schwer davon aus. Er hat aber Springer nach E2 gespielt. Er hat seinen Springer dazwischen gespielt. Und da dachte ich, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Das ist, er muss den König wegziehen. Er kann nicht den Springer dahin ziehen. Und was ich davor bei der, ah, das sollte ich auch noch erwähnen, was ich bei König D1 noch gesehen habe, ist die Idee mit Springer nach C5. So, jetzt habe ich es schon ein bisschen vorausgegriffen, weil die Springer C5-Idee funktioniert hier genauso. Die funktioniert genauso. Das ist ja das Ding. Springer C5 ist ein absoluter Killerzug. Das, ähm, weil, gut, also dieser Bauer hier, man könnte jetzt überlegen, den sofort zu nehmen, aber dann ist der komplette Druck aus der Stellung raus und dann kann Weiß sich wieder so ein bisschen berappeln und hat die Chance, wieder ins Spiel zu kommen, zumindest so ein bisschen. Aber der Zug Springer nach C5, und den habe ich auch dann ziemlich schnell gespielt, weil der ist recht klar, ist so stark und macht mehrere Probleme. Zum einen ist die Dame erstmal angegriffen. Die Dame ist angegriffen und wenn die sich zurückzieht, ist auch noch gleichzeitig dieser Bauer hier angegriffen. Das heißt, wenn er beispielsweise Dame nach C2 spielt, wovon ich ausgegangen bin, dann kommt Springer nach D3 mit Schach und wenn er wegzieht, wenn er hier auf diese Seite zieht, mit König D1, kommt Springer nach F2 Schach und er verliert den Turm über diese schöne Gabel. Und wenn der König nach F1 zieht, dann kommt Dame nach F2 mit Mat. Also einige Probleme, die Weiß da hat. Und was will er jetzt hier machen? Also er kann nicht verhindern, dass ich diesen Bauern schlagen werde und das auch noch mit Schach und er danach gar nicht mehr roschieren kann und sein König im Zentrum steht und sich anbietet. Also das ist schon eine Tortur hier. Er hat Dame nach A3 gespielt. Seltsamer Zug. Dame, ja gut, dann nehme ich diesen Bauern. Spricht nichts dagegen. Er darf nicht König nach F1 ziehen, weil dann eben Dame nach F2 mit Schach und Mat kommt. Also bleibt ihm nur König nach D1. Dann habe ich hier mit dem Springer einmal Schach geboten. Er ist mit dem König zurückgezogen. Und ich hätte jetzt den Turm sofort schlagen können. Und jetzt habe ich was gemacht, was, ja, da könnten manche jetzt sagen, das ist schon ein bisschen gemein oder ist schon ein bisschen sadistisch oder so. Aber ich sage mal so, ich, typische Angriffsspieler oder Spieler, die so taktisch spielen und die meinen, sie könnten ihren Gegner, sie müssen ihren Gegner nicht ernst nehmen und so. Und die meinen, sie könnten immer angreifen und der Gegner darf nie angreifen. Die quäle ich gern ein bisschen. Die quäle ich ein bisschen. Und ich, mein Gegner, wie gesagt, war doch 40, 50 und ich dachte mir, das ist mir völlig egal, wie alt du bist. Ich quäle dich, wenn du so, wenn du meinst, gegen mich so zu spielen, ne, und das am Brett 1 und das gar nicht ernst nimmst hier, dann, dann nutze ich das aus, natürlich, ne, also, das mache ich dann schon. Deswegen habe ich in dieser Stellung nicht den Turm geschlagen. Ich habe den Turm nicht geschlagen. Ich dachte, ich gebe mir hier die Blöße, einfach, weil es gibt die Regel für die dreifache Stellungswiederholung und ich dachte mir, naja, wir haben die Stellung erst einmal gehabt. Das heißt, ich könnte sie einmal wiederholen und einfach dasselbe nochmal spielen. Also, kein Problem. Einfach nur, um meinen Gegner ein bisschen leiden zu lassen. Ne, weil, ähm, das ist sozusagen, wie soll ich sagen, rein jetzt, vom Schachlichen her ist der Zug jetzt nicht, also, aber es geht ja jetzt mir hier um die Schachpsychologie sozusagen. Ich möchte meinen Gegner nicht nur, ähm, schachtlich zerstören, sondern auch schachpsychologisch zerstören. Ich möchte ihn vollkommen zur Aufgabe treiben oder zur vollkommenen Verzweiflung treiben. Deswegen habe ich hier Springer nach D3 gespielt. So einfach nur mal Schach gegeben. Warum? Weil ich es kann. Ich kann es, ja. Er darf wieder nicht nach F1 ziehen, weil sonst das macht. Und deswegen ist er wieder nach D1 gezogen. So, und ich habe hier jetzt noch einen Zug gesehen, den ich nicht gespielt habe. Leider, der wäre noch stärker gewesen. Ähm, später bei der Analyse habe ich dann gesehen, ah, ähm, also der Computer sagt hier sofort Dame nach F2. Der sagt sofort Dame nach F2 und, und, äh, weiß ist so gut wie K.O. Also das ist, das ist absolut verloren für weiß und, ähm, nur eine Frage der Zeit, bis das dann hier zu Ende ist. Ähm, ich habe den Zug Dame nach F2 in der Partie auch gesehen, aber, ich habe nicht genau gesehen, wie es weitergeht, weil, natürlich, klar, ich greife wieder den Läufer an, aber dann dachte ich mir, dann kann er hier verteidigen und der ist gedeckt vom Springer und ich habe nicht gesehen, wie es wirklich weitergeht, von daher habe ich diese Variante gleich wieder verworfen, ähm, weil ich die andere Variante für Gewinnbringender eingeschätzt habe, weil ich da sofort einen Turm kriege und, ähm, wie ihr wisst, bin ich, äh, 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 Spielspielliebhaber sozusagen und deswegen, ich spiele gern mit mehr Material in einem Endspiel, äh, das ist wunderbar für mich und wenn der König auch noch im Zentrum so steht und die Figuren gar nicht entwickelt sind, Turm steht ja auch hier auf, auf A1 rum, gut, meiner auf A8 auch, aber das wird sich demnächst ändern oder so war zumindest der Plan und genau deswegen habe ich hier Springer nach F2 gespielt, er ist natürlich wieder mit, mit dem König zurück, ähm, übrigens König nach, was ist es, C2 geht nicht, weil König nach C2 läuft in Dame nach D3, ne, und Dame D3 ist sehr ungern genehm, das ist wirklich, also, das wäre wirklich fatal, wenn er das gespielt hätte, dann muss der König hier raus und er steht formlich auf dem Präsentierteller, ich kann mir den Springer hier in Ruhe abholen, ähm, also das, das wäre, das wäre fatal, wenn er das gespielt hätte, hat er aber nicht gemacht, er hat den König wieder nach E1 gezogen und ich nehme natürlich diesen Turm hier mit. So, jetzt kam von ihm ein kreativer Zug, jetzt hat er, ich sag mal so, bis dahin hat er mich irgendwie nicht so richtig ernst genommen, hatte ich das Gefühl, weil sonst, was spielt er hier, meinte er das gegen mich spielen zu können, sich sowas zu erlauben, das so zu spielen, also, ja, könnte man nicht meinen, dass ich hier mit einem Vereinsspieler spiele, ne, aber, ich möchte damit nicht sagen, also, ähm, natürlich ist das ein Spieler mit über 2000 DWZ und damit möchte ich euch zeigen, auch ein Spieler mit über 2000 DWZ ist nicht unfehlbar, sondern, wie ihr hier seht, können eben auch solche Partien zustande kommen, ne, und solche Fehler auch, also, das ist, das war jetzt für mich in der Situation ein bisschen erschreckend, aber, es kommt vor, kommt, sowas kommt einfach vor, so, und jetzt hat er angefangen zu kämpfen, ist nur zu spät, aber, immerhin jetzt, äh, und zwar hat er jetzt Springer nach E4 gezogen, und das ist ein kreativer Zug, ähm, oder ein interessanter Zug, weil, ähm, erstens, er entwickelt endlich mal so ein bisschen sein Läufer, zweitens, er bringt seinen Springer ins Zentrum, er spielt endlich mal ums Zentrum, ähm, dann verhindert er dieses Schach hier, und, gut, meine Dame, die ist angegriffen, die muss erst mal wegziehen, jetzt hat er natürlich gehofft, dass ich das wahrscheinlich irgendwie übersehe, oder so, aber, also, ich bitte dich, also hier, äh, auf Vereinsspielerniveau, ähm, vor allem jetzt, sagen wir mal, auf 2000-DWZ-Niveau, da, äh, lässt man nicht einfach so eine Dame stehen, also das, äh, das sieht man da schon noch, ähm, gut, wo kann ich meine Dame hinziehen? Ich habe sofort Dame nach B6 gesehen, das war so meine erste Intuition, wie ich später noch gesehen habe, wäre Dame nach D6, oder Dame D3 habe ich auch kurz gesehen, aber irgendwie war es mir da nicht so ganz klar, wo meine Dame hin sollte, und ich dachte mir auch gleichzeitig, sollte ich so ein bisschen, ähm, Acht geben auf diese Diagonale, und vielleicht habe ich auch immer die Möglichkeit, mit der Dame irgendwann mal, wenn der Springer hier wegzieht, nach G8 zu ziehen, oder so, das ist, oder, ja, das war auch so ein Plan, deswegen, ich wollte auf dieser Diagonale bleiben, und hier auf D3 hat meine Dame nicht allzu viele Zugmöglichkeiten, und das ist irgendwie, steht irgendwie komisch, weil es ist nicht so ganz klar, wo meine Dame dann hin will. Deswegen habe ich hier Dame nach D6 gespielt, dachte, er darf sich hier den Springer gerne nehmen, beziehungsweise er muss jetzt hier erst noch den Springer retten, was er noch gesehen hat, ist dieses schöne Zwischenschach hier, das nimmt man natürlich mit, um mir die Rochade wegzunehmen, ist ja klar, deswegen spielt er hier erst, ähm, ähm, Läufer nach, sag mal, Springer nach D6, Springer nach D6 mit Schach, jetzt muss ich kurz aufpassen, König nach D1 rennt, in Springer nach, schlägt, ähm, F7 und mein Turm hängt, deswegen, was spielen wir hier, äh, ich wollte auch nicht König nach D7 spielen, weil gut, der Bauer hängt trotzdem, aber vor allem würde das mein Läufer hier blockieren, und das will ich auf keinen Fall, deswegen spiele ich hier tatsächlich König nach F8, so wie er vorher hätte König F1 spielen sollen, ne, äh, anstatt den Springer dazwischen zu ziehen, spiele ich hier König F8, und, es sieht ein bisschen unorthodox aus, und seltsam, naja, es ist auch seltsam, vor allem das, äh, dass der Atom hier nicht so richtig rauskommt, aber ist nicht so tragisch in der Stellung, ich habe genügend Zeit in der Stellung, Zeit ist hier nicht so entscheidend, ne, weil er muss sich auch erstmal entwickeln, und ich habe mehr Material, also von daher, und ich habe das Zentrum vor allem, ganz wichtig, deswegen, und wenn man das Zentrum hat, und das so verstellt ist, dann sind schnelle Angriffe in der Regel, nicht möglich, das ist ja mein großer Trumpf hier sozusagen, neben dem Materialvorteil, gut, er nimmt jetzt meinen Springer raus, und hier jetzt meine Frage, was würdet ihr in dieser Stellung ziehen, pausiert kurz das Video, und überlegt euch einen Zug, ja, und jetzt stellt euch vor, ihr werdet in meiner Hode sozusagen gewesen, und sitzt diesem 2000 DWZ Spieler gegenüber, eure Mannschaftskollegen laufen euch um euch rum, und gucken schon ganz, und ja, wie sieht es denn aus, und so weiter, und ja, vielleicht gewinnst du das, und wie sieht es aus, so, ja, also, man darf natürlich nichts sagen, während so einem Mannschaftskampf, beziehungsweise nichts, was die Stellung betrifft, oder was so, ja, aber ich habe schon allein von den Blicken, von meinen Mannschaftskollegen gesehen, dass sie schon, also, gewittert haben, dass da was los ist, ne, und der Druck wächst natürlich, und jetzt in so einer Situation einfach, Ruhe bewahren, ne, das ist, ich gebe euch ja hier in dieser Videoserie, nicht nur rein schachliche Tipps, sondern auch psychologische Tipps, ne, Ruhe bewahren, gleichzeitig auch den Gegner, wie ich es vorher gezeigt habe, so ein bisschen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ein bisschen quellen, ja, weil, weil das nimmt ihm Kraft, ja, und das mag sich jetzt ein bisschen, äh, gemein anhören, oder so, ist nicht gemein, aber im Schach muss man gnadenlos sein, das ist wichtig, also man darf nicht nett sein, und seinem, seinem Gegner irgendwie, ja, äh, es leicht machen, ne, sondern man muss es ihm so schwer wie möglich machen. So, und wie könnte ich es ihm hier so schwer wie möglich machen? Was ist sein letzter Strohhalm, den er noch hat? Angriffsmöglichkeiten, ne, er möchte angreifen. Und womit möchte er, kann er angreifen? Mit dem Springer, mit der Dame und dem Läufer, und alle anderen Figuren, die sind noch so weit hinten, die brauchen erst noch Zeit. Das heißt, diese Figuren, die möchte ich eliminieren. Wenn ich die eliminiere, und er keine Angriffsmöglichkeiten mehr hat, und ich mehr Material habe, na dann, gute Nacht. Dann wünsche ich ihm viel Spaß bei diesem Endspiel, dann kann ich ihn noch länger quälen, und, ja, das würde ich auch machen. Ne, das, das würde ich auch machen. Deswegen will ich diese Figuren eliminieren. Welche davon kann ich eliminieren? Am ehesten den Springer, am leichtesten. Äh, der Läufer, komme ich nicht so leicht dran, außer der Springer zieht weg. Deswegen, das lasse ich erstmal noch offen stehen, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, einen Fehler zu machen, und den Springer vielleicht irgendwie wegzuziehen, und ich dann dieses Schach habe, und den Läufer bekomme. Na, ist jetzt alles illusionär, aber trotzdem, die reine Möglichkeit kann man sich ja offen stehen lassen. Die Dame, gut, die kriege ich nicht direkt, ich habe keinen schwarzfaltrigen Läufer, der die Dame angreifen könnte. Von daher, der Springer. Wie kann ich den angreifen? Weil jetzt, jetzt muss ich, jetzt gehe ich ins Angreifen sozusagen, weil jetzt, ähm, gibt es auch genügend Gründe dafür. Ne, das ist, das ist auch so typisch für die taktischen Spieler, die greifen zum Teil an, wenn es, wenn es gar keine Rechtfertigung dafür gibt. Ja, wenn sie sich gar nicht die Ressourcen dafür haben, gar nicht sich mobilisiert haben dafür. Ne, aber sie denken einfach, sie können das jetzt. Sie können jetzt einfach angreifen. Sie müssen sich nicht um die Verteidigung kümmern. Ne, sie können sich erlauben anzugreifen. Und da muss man diesen Spielern eine kleine Lektion erteilen. Ähm, deswegen, ich habe jetzt hier, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich am Drücker und jetzt nutze ich das auch. Deswegen spiele ich hier geschickt C5. Ein schöner Zug, ein, ein eleganter Zug. Also, ähm, ist vielleicht nicht der starkste Zug, vielleicht wäre es stärker gewesen, den Läufer einfach zu entwickeln. Aber ich wollte ihm jetzt auch hier ein bisschen Gegenwind einfach geben, weil C5 kappt die Verbindung von der Dame und dem Springer und er muss jetzt was mit dem Springer erstmal machen. Ne, weil der ist ja jetzt angegriffen von meiner Dame. Er hat sofort auf C8 rausgenommen. Ich dachte mir, gut, dann, ich nehme mit dem Turm zurück, entwickelt meinen Turm und, äh, ich habe immer noch dieses starke Zentrum. Ähm, und, diese Stellung hier, ich wusste, das sollte, das alles sollte gewonnen sein oder auf jeden Fall deutlich besser für mich. Mir war aber gar nicht so wichtig, ob die jetzt wirklich gewonnen ist oder so, weil ich schon wusste, ich habe mein, ich habe meinen Spieler schon längst schachpsychologisch geschlagen. Er hatte zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt noch, ich glaube so, 15 Minuten auf der Uhr oder so, ne, so 15 Minuten und ich habe eine Stunde, über, über eine Stunde, weit über, weit über eine Stunde, ne, ähm, Stunde und 15 oder sowas oder Stunde und 14, wir hatten, oder Stunde und 10, ich glaube es war eine Stunde und 10, sowas rum, ne, und, ähm, wir haben mit einer Stunde 30 begonnen, ne, also ich habe kaum Zeit verbraucht und mein Gegner war hier schon in Zeitnot sozusagen oder angehender Zeitnot. Deswegen für mich alles, ist alles wunderbar. Kleiner Vorteil und massiver Zeitvorteil und, äh, schachpsychologisch, tiefenentspannt ist wunderbar. Mir war klar, ich gewinne diese Partie. auch wenn das jetzt objektiv, die Stellung vielleicht noch nicht, nicht so ganz klar geworden ist, aber viel leichter zu spielen für Schwarz, viel leichter. Jetzt kommt von ihm Läufer nach E3, das war jetzt ein sinnvoller Zug, entwickelt, ähm, entwickelt den Läufer und mir war auch jetzt klar, jetzt spielt er richtig, ja, also jetzt weiß er, dass es ihm hier sozusagen sonst, ähm, als Eingemachte geht, wenn er hier jetzt nicht, äh, sich berappelt. Aber es ist schon zu spät, es ist schon, schon zu spät. Was spielen wir hier? Ähm, auch nur mal für euch kurz, äh, pausiert das Video, überlegt euch, was würdet ihr in dieser, äh, Situation spielen? Okay, also ich hab in dieser Situation D4 gezogen. D4, ne, wir, also, ungeachtet dessen, ob das jetzt der beste Zug ist, ähm, wahrscheinlich wär's besser gewesen, die Spannung im Zentrum aufrecht zu erhalten und den König hier irgendwie aus der Linie rauszubringen, ähm, aber, ich wollte jetzt einfach auch ein bisschen ihm Druck machen, weil ich wusste, er bricht dann zusammen wie ein Kartenhaus, weil er ist schon ziemlich am Ende. Deswegen hab ich hier D4 gezogen und dachte mir, ich hab ein starkes Zentrum und der Läufer, der beißt dann auf diese Bauernkette und ist nicht so klar, wie weiß hier weiterspielt. Er hat, ähm, sich mit dem Läufer dann zurückgezogen, er hat nicht rausgenommen, sondern er hat sich zurückgezogen, ähm, und, jetzt, ich wollte hier in dieser Stellung nichts groß machen, ich wollte es eigentlich so stehen lassen, ähm, außer, dass ich den Turm hier aktivieren möchte. Ähm, dann ist mir die Idee gekommen, G6 zu spielen, König nach G7 und dann den Turm rauszuziehen. Das war so mein Hauptplan. Mir war bewusst, dass dieses Läuferpaar bedrohlich ist und ich aufpassen muss, aber solange ich das alles mit Bedacht mache, sollte hier nichts groß passieren. Deswegen habe ich hier G6 gespielt und jetzt kam von ihm Turm nach D1. Macht ein bisschen Sinn, wobei ich hätte sinnvoller gefunden, ihn eher auf C1 zu stellen, ähm, sodass, wenn ich hier jemals nehme, äh, er vielleicht hier unten rausnehmen kann und er seine Fesselung hier ausnutzen kann und ich nicht zurücknehmen kann, weil mein Springer von der Dame gefesselt ist. Davon bin ich ausgegangen, dass es natürlich auf solche Taktiken wieder aus ist, aber jetzt hat er hier Turm D1 gespielt. Ähm, ein interessanter Zug, äh, bringt den Turm auf eine, auf eine halboffene Linie, macht definitiv Sinn. Also mir war klar, jetzt strengt er sich an, aber es ist schon zu spät. Hm, ich hätte sofort vielleicht auch, äh, König G6 spielen können, was mir da aber nicht so gefallen hat, ist, dass wenn er hier nimmt, kann ich immer nicht zurücknehmen, weil mein Springer hier hängt. Das ist, das ist immer ein bisschen unangenehm. Deswegen, da hatte ich, möchte ich es erstmal so stehen lassen. Er kommt ja auch nicht weiter und möchte einen anderen Zug spielen und dann habe ich gesehen, ah, ich kann an dem Flügel, kann ich irgendwie was machen. Deswegen habe ich hier H4, pardon, H5 gezogen. H5 und ihn einfach mal so ein bisschen befragt. Ja, was, was will er machen? Weil mir war klar, er kann in der Stellung nicht nirgends durchbrechen. Das ist, war mir absolut klar. Deswegen möchte ich ihn noch ein bisschen testen, ja, den Druck erhöhen. Und das auch als Tipp für euch, wenn ihr schon in so einer vorteilhaften Stellung seid, dann anstatt jetzt irgendwie durchbrechen zu wollen, ähm, ist es häufig ratsamer, ähm, wieder abzuwarten, ne, wieder das gleiche Spiel, wieder abzuwarten und den Stellung, äh, den Gegner in eine noch schlechtere Stellung zu treiben. Hm. Und vor allem, wenn er noch so in Zeitnot ist, wie mein Gegner. Mein Gegner, da hat er noch ungefähr 10 Minuten auf der Uhr gehabt. Das ist wirklich wenig dann. Ähm, H5. Jetzt hat er hier genommen. Und gut, ich habe zurückgenommen. Ich will natürlich, ähm, ich wollte es oben nehmen, weil dann öffnet sich mein Turm. Und es sind auch, ich habe es schon richtig hier eingezeichnet, zufälligerweise, so Ideen mit auf der zweitletzten, auf der zweiten Reihe, dass ich da mit dem Turm hinkomme. Das ist auch immer so eine Idee. Gut, jetzt kam von ihm G5. Und wieder wollte ich die Situation nicht klären. Ich wollte nicht einen Zug machen, der jetzt sich das festlegt. Ich wollte es erst einmal noch offen lassen. Deswegen, was habe ich hier gezogen? Einen schönen, interessanten Zug. Ich habe tatsächlich H4 gezogen. H4, weil die Idee war, ich möchte nicht, dass er zu H4 kommt. Wenn er zu H4 kommt und das hier, ähm, sichert, war mir das nicht so recht, weil er hat ja davor hier alles aufgerissen. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ich möchte, dass das hier schön aufgerissen bleibt. Und ich später mit meinem Springer, vielleicht mal, also klar, der ist noch gefesselt, aber dann später mal hier eindringen kann. Vielleicht auch mit der Dame, äh, im Verbund. und wenn die Bauern so zerrüttet sind, dann ist das alles, sind es Angriffsmöglichkeiten. Und deswegen, ich wollte nicht, dass er zu H4 kommt. Deswegen, was mache ich? Ich spiele selber H4. Ähm, und warte, was von ihm kommt. Und der nächste Vorteil von H4 ist, er muss wieder ziehen. Das heißt, er muss wieder eine Entscheidung treffen und die kann natürlich auch wieder eine Fehlentscheidung sein. Das hat er jetzt alles recht gut gespielt. Jetzt, die letzten paar Züge waren richtig gut von ihm. Ähm, aber es ändert nichts an der Situation. Weil ich habe eben auch gut gespielt und auch solide und wusste, ich stehe immer noch auf Gewinn. Oder auf jeden mindestens besser und vor allem eben anbetracht auf die Zeit und dass er eigentlich schon verzweifelt ist. Ähm, er versucht natürlich hier verzweifelt doch noch das Ruder rumzureißen, aber mir war bewusst, das ist zu spät. Das ist absolut zu spät. H4. Jetzt kommt von ihm Läufer nach F3. Auch ein interessanter Zug. Bringt den Läufer auf eine bessere Position. Und, ähm, jetzt habe ich in dieser Stellung den Zug gezogen, den ich vorher schon angekündigt habe. Ähm, denn was will ich hier machen? Ich kann nicht mehr mit dem Bauern großziehen, mit dem Turm nicht wegziehen, weil sonst der Bauer hängt. Ähm, König hierhin würde ich zwar gerne ziehen, aber mein Springer hängt. Was kann ich hier Aktives machen und hier mit gut mit dem Bauern losziehen? Also das ist jetzt nicht, da erschließt sich jetzt mir kein großer Sinn. Ähm, aber wo sind seine Schwächen? Seine Schwächen sind auf dieser Linie. Da sind seine Schwächen. Und natürlich sein, sein König, der ein bisschen schwach ist. Da, und immer noch im Zentrum rumsteht. Und meine starken Bauern, das ist meine Stärke, weil die können dann irgendwann mal Druck machen, nach vorne. Jetzt nicht, aber irgendwann mal in der Zukunft vielleicht. Dann ist mir noch aufgefallen, der Bauer ist auch noch schwach. Und deswegen habe ich hier Turm nach C2 gezogen und den Druck weiter erhöht. Ich habe die Stellung nicht arg groß verändert, nur den Druck noch ein bisschen erhöht. Weil jetzt hängt auch noch dieser Bauer und auch der Turm schaut ein bisschen hier noch rüber. Also wunderbarer Zug. Sehr angenehm für mich zu spielen. Und jetzt droht, dass ich hier, wenn er als Dicks machen würde, dann könnte ich hier einfach rausnehmen und habe einen Bauern gewonnen und kann meine vorteilhafte Stellung weiter ganz langsam und ruhig ausbauen. Ausbauen. Und den Kick nur noch weiterquellen. Das hätte ich auch so gemacht. Das hätte ich ganz langsam und bedacht und ruhig so gemacht. Und das ist die Art und Weise, wie ich gerne gewinne. So gewinne ich gerne. Schön, langsam und sicher. Lieber einen kleinen Vorteil, aber dafür einen sicheren Vorteil. Das ist mir zehnmal lieber. Das ist ein großer Vorteil, der aber irgendwie unsicher ist oder wo es gewisse Typen gibt. Deswegen hier Turm nach C, Turm nach C2. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass er jetzt B3 spielt. B3, das den Bauern nicht hergibt und genau, davon bin ich fest ausgegangen. Aber mein Gegner, impulsiv, impulsiver Spieler, was viele taktische Spieler sind, die sind häufig auch noch oder Amateurspieler auch viele, impulsiv. Die können ihre Emotionen nicht so unter Kontrolle halten und jetzt spielt er hier was komplett Verrücktes. Die letzten paar Züge hat er richtig gut gespielt und sozusagen ein bisschen Widerwehr geleistet. Aber jetzt macht es sich bemerkbar, dass er eigentlich innerlich schon längst geschlagen ist. Weil jetzt macht er einen total verrückten Zug. Total verrückt. Totaler Verzweiflungszug. Oder ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Und zwar hat er jetzt ein Opfer gespielt. Das machen Amateurspieler gern. Wenn sie durchdrehen oder nicht wissen, was sie tun sollen, dann opfern sie wild irgendwas. Was vollkommen ungerechtfertigt ist. Und genau das kam hier. So, dreimal durfte ich raten, was er wo geopfert hat. Genau, er hat seinen Turm geopfert. Und zwar mit Turmschläge D4. Ich habe den Zug sogar kurz davor noch so vielleicht so eine Millisekunde in Betracht gezogen. Aber da dachte ich mir, das kann nicht, das kann auch nicht, das kann nicht funktionieren. Und dann spielte auch noch den wirklich. Wieder dachte ich, ich traue meine Augen nicht. Und das wollte ich auch noch, weil ich gerade huste. Ich war die letzten ja fast zwei Wochen krank. Also ich bin selten krank normalerweise. Ich bin vielleicht ein, zweimal im Jahr krank und dann vielleicht eine Woche oder sowas. Also ich bin relativ selten krank. Aber jetzt, ich weiß nicht, was da rumgegangen ist. Und da hatte ich so extremer Husten und Halsweh vor allem. Richtige Halsschmerzen. Richtig extreme. Ich konnte gar nicht reden. Also es war richtig schlimm. Ich weiß nicht, was das war, was da rumging. Aber es war jedenfalls vollkommen extrem. Und bin froh, dass ich jetzt wieder wohl auf bin. Deswegen kommt auch erst jetzt heute ein neues Video. Sonst wäre nämlich schon vor einer Woche eins gekommen. Oder eigentlich vor zwei Wochen schon. Genau. Er hat hier jetzt mit dem Beta in der Partie, er hat hier mit dem Turm geschlagen. Und was machen wir jetzt hier? Deswegen pausiert bitte das Video und überlegt euch, was ihr in dieser Situation gemacht hättet. Stellt euch das vor. Der Druck ist extrem hoch. Die Mannschaftskollegen sind die meisten schon fertig, gucken euch über die Schulter und sehen, oh, er spielt gegen 2000 DWZ-Gegner und er opfert einen Turm und so. Und oh, was macht er jetzt? Und oh, nicht, dass du doch noch verlierst. Und so. Also, wie reagiert ihr hier? Wartet ihr auch emotional und denkt euch, oh, 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 jetzt verliere ich vielleicht doch noch. Er opfert, oh, jetzt, jetzt. Oder bleibt ihr ganz ruhig und dem Kalkül und überlegt euch, ist das Opfer überhaupt gerechtfertigt? Nehme ich das Opfer vielleicht auch einfach an? Also dann jetzt die Auflösung. Ich habe das Opfer natürlich angenommen, weil das Opfer ist total verrückt. Es gibt gar keine oder nicht, keine wirkliche Rechtfertigung. Ich habe es angenommen. Ich habe mir so gar noch einen kurzen Moment überlegt, ob ich ein Gegenopfer mache. Wäre vielleicht auch interessant gewesen. Ja, mit dem Turm hier einmal zwischenschlagen und dann erst hier zurücknehmen und dann habe ich massig Material und er hat eigentlich keine wirkliche Kompensation. Aber dann dachte ich mir, oh, eigentlich sofort mit dem Baum schlagen. Was spricht eigentlich dagegen? Was will er eigentlich machen? Er darf nicht mit dem Springer schlagen danach. Warum nicht? Warum darf er nicht mit dem Springer schlagen? Ich verrate es mal alles nicht. Warum? Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Ich habe genommen und jetzt hat er mit dem Läufer genommen. Ich wusste, dass es absolut verloren ist. Aber nach dem nächsten Zug, den ich gespielt habe, hat er aufgegeben. Sofortige Aufgabe. Also meine Frage an euch, welcher Zug hier gewinnt sofort die Partie? Also es gibt wohl mehrere Züge, die irgendwie gut sind oder interessant sind. Wohl, nicht mal unbedingt. Aber jetzt meine Frage an euch. Findet ihr den Zug, den ich gespielt habe, nachdem mein Gegner dann aufgegeben hat? Pausiert das Video und dann zeige ich sonst den Zug. Ja, also schauen wir uns die Stellung an. Der Läufer greift meine Damen und den Turm an. Sieht erstmal gut aus. Sieht nach einer Gabel aus. Und ich kann den Läufer nicht direkt schlagen, weil der Springer den Läufer deckt und dann würde ich einfach die Dame verlieren. Aber wir können ja diesen Verteidiger des Läufers rausschlagen. Wir können den rausschlagen. Das Ding ist, wir können den sogar mit Schach rausschlagen. Dann muss er da erst reagieren und danach können wir den Läufer geschickt mit der Dame nehmen. Genau so habe ich es gemacht. Turm schlägt E2. Für den Zug hat er ja auch fünf Sekunden gebraucht. Gut, ich habe ihn ja auch davor schon gesehen. Ich habe mit dem Turm auf E2 geschlagen und in dieser Stellung hat mein Gegner sofort aufgegeben. Er hätte eigentlich schon ein paar Züge davor aufgeben können, vor allem nach seinem verrückten Turmopfer. Aber er hat dann irgendwie gemerkt, mir macht es Spaß ihn zu quälen. Also ich, wenn er hier meinem König geschlagen hätte oder sowas, ich hätte es ganz tiefenentspannt weitergespielt. Und gar nicht, es hätte mir Spaß gemacht. Wenn er es hier nimmt, dann hätte ich einfach hier genommen. Wunderbar, tolle Stellung. Angenehm zu spielen. Vor allem, die Dame kontrolliert diese wichtige Diagonale. Und dann wäre mein Plan gewesen, im späteren Verlauf den König nach G7 zu spielen. Natürlich erst auf den Springer einmal aufzupassen. Vielleicht die Dame hier hinzustellen und das ganz langsam und ruhig zu gewinnen. König nach G7 und dann den Turm zu entwickeln. Vielleicht auch auf dieses Feld und alles ist wunderbar. Aber das wollte sich dann mein Gegner doch nicht mehr zeigen lassen. Da hat er dann eingesehen, dass er wahrscheinlich nicht noch mehr gequält worden möchte und hat deswegen an dieser Stelle aufgegeben. Das Interessante war dann auch nach der Partie, also ich habe er ist dann aufgestanden und ich habe dann, weil ich das immer mache, zu ihm gesagt, wir können die Partie auch gerne noch im Nebenraum besprechen. Und er hat dann nur den Kopf geschüttelt beziehungsweise gar nicht wirklich reagiert und ist dann mehr oder weniger aus dem Raum gestürmt und war dann ziemlich schnell weg. Er war ziemlich frustriert. Er war ziemlich gefrustet. Aber zu Recht. Also das liegt nicht an mir, was da an dem Tag passiert ist. Das lag an ihm. Dass er solche Züge spielen, C3, Dame A4, G4, später springen er nach E7, E2. Also ich weiß nicht, was er da denkt, wie man so spielen kann, wie man den Gegner nicht ernst nehmen kann. Das wird dann eben auch bestraft. Und wenn ich derjenige bin, der ihn da bestraft, dann bin ich es. Wenn er von mir die Lektion braucht. Schauen wir es noch mal kurz durch. Im Schnelldurchgang C3, D5, also Dame nach H4, G4. Und hier habe ich erstmal, das hätte ich schon früher ausnutzen können, seine Ungenauigkeiten. Aber das wollte ich bewusst nicht, weil mir klar war, da werden noch mehr kommen. Der unterschätzt mich. Dieser Gegner unterschätzt mich. Deswegen erstmal Ruhe bewahren. Und dann, hier war, ich hätte auch hier schon irgendwie was versuchen können. Ich habe dann Läufer nach C5 gespielt. Und ich hätte ja hier schon Dame nach B6 spielen können. Aber hier, mir war klar, mein Gegner unterschätzt mich. Deswegen lieber sich entwickeln und noch abwarten. Abwarten. Und zack, dann kommt der Fehler. Und dann Dame nach B6 und dann geht es rund. Und dann geht es rund. Und der Rest zeige ich. Ja, mehr oder weniger Technik. Wie gesagt, hier wäre Dame nach F2 noch stärker gewesen. Hier habe ich meinen Gegner kurz ein bisschen gequält. Und dann solide weiterspielen. Figuren abtauschen, das Zentrum weiter kontrollieren und auf den Fehler vom Gegner warten. Hier noch den Druck erhöhen und zack, kommt der nächste total verrückte Zug. Dieses Turmopfer. Und dann ist es natürlich vollkommen gewonnen. Ja, recht kurze Partie. Ein Zug 27 gibt mein Gegner mit über 2000 DWZ auf. Aber so etwas gibt es eben auch. Schöne Abwechslung. Und ein schöner Sieg. Definitiv schöner Sieg von Schwarz. Oder, ja, schön gespielt, denke ich auch. Sehr solide gespielt. Genau, damit wollte ich euch jetzt zeigen, mit dieser Partie, ihr könnt das auch. Wenn ich das kann, könnt ihr das doch auch. Also, dieses System anwenden. Wendet mein System an. Das heißt, sicher spielen, solide spielen, strategisch spielen, so Züge wie C6 beispielsweise. Ihr habt es jetzt gesehen, wie man das konkret umsetzt, das System. Vielleicht soll ich für mein System noch einen Namen finden. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, vielleicht mache ich das mal noch, wie man das System nennen könnte. Also, wenn ihr eine Idee habt für einen Namen, schreibt ihn gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr einen schönen Namen hättet, wie man dieses System nennen könnte. Dieses ruhig spielen, abwarten, auf den Fehler des Gegners warten und eigentlich nicht viel machen. Ich mache ja nicht viel. aber es ist auch eine Leistung, es ist auch eine Leistung, eben nichts zu machen oft und abzuwarten, solide zu spielen, sich zu entwickeln und dem Gegner es erlauben, Fehler zu machen und diese dann auszunutzen im Kalkül. Genau, und so gewinnt man Partien. So gewinnt man Partien und das auch gegen Spieler mit über 2000 DWZ. Und ihr habt jetzt gesehen, das geht jetzt auch gegen einen Spieler mit über 2000 DWZ, dann wird das ja auch bei euren Gegnern mit unter 2000 DWZ funktionieren. Also macht euch da mal keine Sorgen. Probiert das System aus. Ich habe schon von so vielen Leuten positives Feedback bekommen und positive Rückmeldungen, die ganz begeistert waren und gesagt haben, ja, Ledator, vielen Dank für dein System. Ich habe es ausprobiert und ich habe riesen Erfolge damit gefeiert. Oder jemand anderes hat geschrieben, ich habe mich damit konstant verbessert und das System klappt recht gut und ich entwickle mich konstant damit nach oben. Deswegen vielen Dank dafür. Deine Videos, irgendjemand anderes hat kommentiert als vor kurzem, du bist der beste Lehrer, den man sich vorstellen kann oder irgendwie sowas. Ich habe mich natürlich geschmeichelt gefühlt, freut mich sehr. Es geht halt darum, dass ihr was draus mitnehmen könnt aus dieser Partieanalyse oder aus den Partieanalysen, die ich hier auf YouTube mache. Und ich versuche euch da einzubinden, indem ich eben, wie gesagt, ab und zu auch Fragen stelle und euch entscheiden lasse und danach dann das Ganze auflöse, sodass ihr auch in dieser Situation steckt. Wie als würdet ihr da sitzen am Brett gegen den 2000 DWZ-Spieler und damit lernen müsstet, umzugehen, wie man sowas gewinnt. Weil viele, die verlieren dann die Nerven. Ich behaupte auch, viele andere Spieler oder auch meine Mannschaftskollegen, meine Mannschaftskollegen in allen Ehren, aber behaupte ich, viele davon würden, selbst wenn sie so eine vorteilhafte Stellung gegen so einen starken Gegner hätten, würden sie es doch noch vergeigen, weil sie irgendwie dann, was dann im Endspiel übersehen oder jetzt hier irgendwie im späten Mittelspiel übersehen würden oder plötzlich die Nerven verliehen würden. Und das lässt mich kalt. Mich lässt sowas kalt, auch wenn der Gegner über 2000 DWZ hat oder 2100 oder 2200, oder was auch immer. Das lässt mich relativ kalt. Ich spiele einfach im Kalkül so weiter. Und das heißt nicht, dass ich sage, ich bin unfällbar oder sonst was. Nee, aber ihr magt dieses System. Das ist so stark. Das ist so stark. Deswegen probiert es aus. Testet es in Turnierpartien. Und ich hatte nach der Partie, das ist ja noch das nächste, das war schon fast, also ich glaube, mein Gegner, dem war es schon fast ein bisschen unangenehm, wo er das gesehen hat. Nämlich nach der Partie stand auf meiner Uhr, also auf meiner Uhr stand noch, wie viel stand, ich glaube, eine Stunde, eine Stunde und sechs Minuten oder eine Stunde und fünf Minuten und so was rum. Oder eine Stunde, sechs, also auf jeden Fall deutlich noch über, oder eindeutig noch über einer Stunde und bei ihm standen noch drei Minuten auf der Uhr. Drei Minuten gegen eine Stunde sechs, das ist, ich habe kaum Zeit verbraucht, um diesen 2000 DWZ-Spieler platt zu machen. Und, ich weiß nicht, ich sage hier gar nicht, es war nicht unbedingt mein Verdienst, es war eher sein Verdienst, aber trotzdem, es ist, wahrscheinlich bei einem anderen Spieler wäre es auf eine andere Art und Weise dann, aber er hat mir natürlich schon geholfen, das muss man, also, das sage ich hier schon, aber das ist auch nicht unnormal, weil Menschen machen Fehler, auch ein 2000 DWZ-Spieler macht Fehler und auch ein 2000 DWZ-Spieler spielt man was ziemlich Verrücktes, wie man hier sieht, wobei das war jetzt schon sehr verrückt. Genau, deswegen mein Tipp an euch, probiert das System aus und weil auch manche sagen auch ein bisschen, ja, meine Videos sind relativ langsam und ich sage auch sehr viel und so, es hat auch den Sinn, dass ihr in diese Denkweise reinkommt und diese, in diese langsame Art und dieses Abwartende, dass ich jetzt nicht, ich hätte die Partie jetzt hier, ich hätte die Partie jetzt hier auch innerhalb von, ich weiß nicht, viel schneller erklären können, innerhalb von 10 Minuten oder was und da sagen, oh, hier gleich, ist so, na, jetzt bin ich kurz verrutscht und hätte sagen können, ah, hier, gleich reinopfern und das funktioniert. und, ja, aber das hätte keinen Lerneffekt. Der Lerneffekt ist zum einen hier schachlicher Natur und zum anderen aber auch psychologischer Natur, dass ihr in diese, in dieses langsame, abwartende reinkommt, dass ihr das, ja, deswegen mache ich die Videos auch nicht so, so allzu schnell, sondern versucht es auch dadurch ein bisschen so indirekt reinzubringen, dieses abwartende, langsame, ruhige, strategische Vorgehen, dadurch, dass die Videos nicht, nicht zu kurz halt ist, sozusagen, ne, genau, also soviel zu dieser Partie, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet viel daraus mitnehmen, wendet das System gerne an und lasst mich wissen, ähm, wie es bei euch klappt, ob es bei euch alles funktioniert und, äh, welche Erfolge ihr damit feiern konntet, ähm, vielleicht stelle ich auch mal eine, eine Partie von dem Zuschauer vor, wenn, also, meine E-Mail-Adresse habt ihr ja, oder die ist auch in der Kanal, ähm, Kanalbeschreibung, ähm, also könnte man mir auch eine Partie vielleicht zusenden, wo ihr dieses System angewendet habt und dann könnte man das auch zeigen, genau, aber jetzt sind sieben Partien von mir erschienen, wo das ausführlich jetzt gezeigt wird, ähm, deswegen, wenn ihr es nicht mehr genau wisst, wie das System, äh, funktioniert, schaut euch gerne auch die anderen sechs Partien an, ähm, genau, also, und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, äh, wenn ihr im Schach besser werden wollt, dann schaut euch gerne meine Playlist Schachlern an, dort habe ich sämtliche Schachlehrvideos in didaktisch sinnvoller Reihenfolge verlinkt, und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, und teilt gerne das Video, so dass mehr Schachspieler darauf aufmerksam werden, auf dieses System, oder mehr Schachspieler auch die Gelegenheit haben, sich zu verbessern, dadurch, und durch die ganzen Lehrvideos, die ich gemacht habe, ne, es geht ja darum, dass jeder Mehrwert daraus ziehen kann, ähm, genau, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, und bis dahin, alles Gute, macht's gut, ciao. , bom, 얼마, bis zum nächsten Mal. ification, bis zum nächsten Mal. полов på 10 min. kurz auf 5 min. drains rein,